Guten Morgen, liebes Tagebuch. Jetzt beginnt also der zweite Tag der Reise. Gestern verlief alles ohne Probleme. Nach der Landung ging das Boarding super schnell und dann sind wir in See gestochen. Und unter uns, die Offiziere und Kellner, sehen alle so gut aus. Und wie süß die Jungs sich um mich kümmern. Die wissen, wie man eine Kuh zu behandeln hat. Als könnten die mir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Das wird ein schöner Urlaub. Danke an den Reiseveranstalter.